Hallo Leute, heute geht es weiter mit einer weiteren Folge, wie wir uns zu Platin hochcarrieren wollen, mit Daniel und mir. Daniel heute als Jace, ich wieder als Blitzy. Ähm, ja. Noch was, deine Worte, Daniel? Ja. Hm. Ach ja, das Game davor ist uns leider abgeschmiert. Ja, was heißt leider, ne? Okay, also ihr habt nichts verpasst. Wir haben halt so viel menschliche Exkremente, ne? Aber sehr viel. Die sich dann auch noch lebendig schimpfen dürfen, also es ist unfassbar. Aber naja, neues Spiel, neues Glück, ne? Jo. Ja, wie ihr schon gesehen habt, soll es nicht heißen, dass wir mal einen Loose oder so einfach nicht hochladen, so. Sondern leider ist die Aufnahme nicht so geglückt. Ja, ich hab leider nicht auf meine Festplattenkapazität geachtet. Wodurch wir ganze zwei Minuten aufgenommen haben. Jo. Voll gut. Ja, weil es gibt da einige Leute, die halt echt nur Wins hochladen. So. Hat meist den, äh, den Grund, dass sie... Ja, beim Loose total rumflamen. Ja, das wollte ich ja. Hast du was geklaut? Ja, einen kleinen. So. Ach, du bist Jason Mitte? Mhm. Boah, wir packen ja die totalen Newmeters aus hier. So, ich hab mit... Mit Ash hat es geklappt. Ah, Crit Ash. Ja, ähm, Mitte ist noch Missing. Nein! Boah, das hat es ja jetzt schon wieder gemacht. Mein Grab voll daneben gehauen. Weil an dem Moment stehen geblieben ist. Ich hätte nämlich dann über die Mauer ziehen können. Töten können vielleicht. Oder halt mindestens seinen Flash rauskitzeln. Er war aber auch blöd von Graves, dass er sich da einfach mal so... ...blöd gebattelt hatte. Also ich muss sagen, ich hab noch einen... Ja gut, André. Der hat sich total poken lassen von Trash. Du bist gestorben. Ja. Pass auf, Dingens, ne? Boah, das niss. Weiß doch nicht, was die... Ah, sie steht nicht. Schade. Ne. So, aber der Graves direkt wieder so am rumjodeln, weißt? Er lässt sich total runterpoken. Total blöd. Ja, dann will ich ihn retten. Ich sterbe und natürlich werde ich geflamed. Boah, krieg ich einen Föhn. Da krieg ich echt einen Föhn. Aber kennt man doch nicht anders. Ja, aber ist halt... Jetzt, weil er geschrieben hat, lässt er sich grabben. Weil er geschrieben hat. Ja? Hat er sich jetzt total grabben lassen. So ein behindert... Mh. Wie will er das jetzt erklären? Bin ich jetzt auch schuld? Ja, du hast ihn zum... Du hast ihn zum Schreiben animiert. Du hast ihn zum Schreiben. I want CS Oh man, Junge Ich bin schuld Er hat zweimal geschrieben Zweimal stand er so da Hat sich von Trash grabben lassen Und ich bin wieder schuld Ja, chill jetzt mal runter Das bringt uns gerade gar nichts Das ist mega behindert Ja, aber wir kennen die Randoms Das ist ja nicht das erste Mal Dass uns sowas passiert, oder? Der ist doch geworden Er pingt sogar noch auf den Board drauf Weil er sagt ein Wort dem Busch bitte Und in der Uhr Ja und Wie geil war das denn bitte Wirklich Boah, also so krassen dreisten Volltrottel Habe ich echt aber schon lange nicht mehr gehabt Oh Gott Okay, ich find's lustig mittlerweile wieder Was sagt Jack zu Sejuani Good job, Pink Und was kommt zurück Good job, Lanternman Nee, thank you Lanternman Nee, thank you Lanternman Wenigst, die beiden sind lustig Ja Eigentlich ist er Graf's auch so lustig, würde ich sagen Er pingt sogar noch auf den Br- Na ja, ach, ich sag doch nichts mehr zu Weiß nicht Er hätte nur noch schreien müssen Green Lanternman So Ich werde nicht mehr grabben bis wir 6 sind Außer Sejuani oder so hat was vor Er ist doch unten geworden Fein so Die Deswegen habe ich Frasher gern gebannt Die Lantern hat den Raven jetzt gerade das Leben gerettet Ohhhh, scheiße Ich habe nicht zu spüren Die ist ja sie entschuldigt, ich bin so effe Sie sagt, ich habe scheiße gebaut Ja, sorry Ich bin Grace Ich bin Nein Und der Surge hat bis jetzt kein Grab getroffen Außer den, wo Graf einfach wegen Schrei im AFK rumstand Es ist eigentlich traurig Ich bin es sehr schön Ich bin es echt nicht Ich bin es nicht Ich muss da laufen. Achtung, Achtung, Jay's ulti, äh, Draven ulti Dingens. Ja und ich lauf genau rein. Aaaaaahhh. Fuck. Nee! Egal, ich hab' mir noch geholt. Boah, du kriegst sogar noch einen guten Job von dem, ey. Alter, von Graves! Boah, ich hab' wirklich ne geile Aktion gemacht. Ja, ich hab' ihm erst zu Trash... War der erst nicht gestorben, oder? Ist Graves gestorben? Nein, Graves ist gar nicht gestorben, geil! Worst it. Dann war's auf jeden Fall worst it. Trash hat den Kill bekommen, ich hab' mir Jay's noch gesnackt. Jay's? Äh, ja, ich hab' gerade auch Jay's, Achtung, Jay's ulti, Draven ulti. Aber du wusstest, was ich meine, ich hab's gesehen, du hast noch versucht zu bewegen. Ja, ich versuch. Ja, und dann musst du like'n Jagger rein, ey. Nein, Jags don't die, please don't die, please don't die. Flash, oh sehr schön. Hat er jetzt mit, ah, BF und Vampiric, gut. Wir können Draven, oh, Draven hat 5-1, okay, das wird immer noch böse. Ah, oh, 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 oh. Und der Draven schon. Weißt du wo oder wie die geordnet haben? Leider nicht. Ich, ich, ich. BF. Graves! Achtung auf die Larsens. Oh. Äh, jetzt haben sie River gewordet. Schade. Ja. Also 15, 18 läuft. Ja. Bro, was da ist. Na, ich kann den Busch nicht borden. Ja. 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 Woh. Ich bin immer wieder. Woh. Und immer noch schon. Woh. Wenn du nie eine Entschritte anzutieren. oh lol und sie überlebt hat ich brauch mehr wards definitiv wer ist da seine ulti noch kommt bottom über gegner jungle aber sie muss ihn nicht langsam ja jetzt müsste rein ja und er hat kein damit von der graf sollte bekommen genau hoffen weg aber nice dass sie mir gelassen ich hasse die gräse ulti hat echt hundertprozentig getroffen aber null der mensch kam rüber das ist nein da ist sicherlich von oben pass auf sehr schön war ja ja ist dann nein nein aber da werde ich auch nicht mehr weg ja 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 was machtt das schweinchen denn hm yo Und? Ich bin ganz ins Kirchen-Trash hat so... Ich bin auf dem Weg Richtung... Hat Ulti gerade raus. Das ist doch beides oder? Oh! Haben sie ihn hier abgefangen. Und die sind so gut. Ich hab's auch viel zu spät gecheckt. Das sieht schon wieder nicht so gut. Nein. So Graves. Kann ich ihm nicht helfen? Er kam auf die Lane, lässt sich grabben, ist tot. Oh! Wir machen Ray. Oh, kommen wir da noch hin? Die Zweifel ist sehr stark. Oh! Ja, noch nicht die Ulti sitzt. Was? Wie? Ja, Graves kommt nicht mehr. Warum sollte er? Ja. Ne? Ja, weiß ich auch. Pfff. Aber guck mal, er hätte... Beide waren low. Er hätte sich da auf jeden Fall was snacken können. Ja. Ja. Und jetzt versucht er alleine gegen Lissandra und stirbt. Ja. Nachdem... wieder hochgehalten ist. Neh, wir... Draven hat jetzt noch einiges an Kills. Immer echt Frozen Heart einfach. Ja, Nidalee und Jarvan auch, ne? Beide AD. Ja. Achso, Nidalee macht... Ah, Gott. Frozen Heart noch besser. Ja. Wer nicht jemals dazu kommt, das auszubauen. Wie viele Stacks hast du schon auf meiner Mute? Ähm... 300 Grad schon, weil ich erst relativ spät weg war, ne? Da kann ich nix tun. Da kann ich nix tun. Ja. Hach. Das war's für heute. Damit hab ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich treff ihn auch noch. Ja, tschüss. 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 Spannende Folge mal wieder. Einfach nur Trash-Talk. Bis zum Umfallen. Wird das wenigstens ein bisschen an. Ja, irgendwas muss da. Lass mal mal tanchen. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ich schreibe mir die Trap von Nidale Das hier keinen Unterschied mehr macht Oh, den hat sich gehofft Oh Gott, ich schreibe mir das Gotcha, bitches. Ami Aber Grace muss ja farmen. Oh, kann der mal aufhören zu weinen, bitte? Oh, wie knapp war das denn mit? BAM! BAM! Jetzt kommt man! Wo ist es hier? Nein. Nein. Ich werde sie holen, brah. Nein. Nein. Sie ist tot. Das macht doch eh keinen Unterschied mehr. Ich weiß. LOL, guck mal. Die Watser. Hm? LOL. Seju hatte Spaß. Ja. Irgendwann eine in diesem Spiel. Mann, 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 Mann. Aber muss er rendern? Nein. Naja. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.